Herzlich willkommen zu der Riftbreaker. Da, die Penner. Wir sind auf der Suche nach Modeling. Oh ja, die Hams, guys. Wir müssen da, und es rauskommen. Wind currents are returning back to regular strength. Wind turbine power production is returning to nominal level. Wieder Ruhe irgendwo, ja? Oh, das ist ja Palladium, son. Da kommt immer mit, hey, Palladium, son. Da ist gar kein Palladium hier. We've gathered a sizable amount of road night. This should be enough to craft some good equipment. We can stay here and try to find more or get back to our primary objectives. Okay. Und schauen wir gleich mal. Oh, Orbital, die ist extrem. Oh, und wir haben die früher nicht ausgetauscht. Hm. Instandhaltungswerkzeug. Energiesensoren. Aber wir brauchen noch mehr Rhodonitum. Und Palladium. Und dann haben wir Rhodonitum auch. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Oh, wir können aber natürlich auch da rumter gehen und eine Rhodonitum-Produktion beziehen. Ich würde mal sagen, das ist gut gemacht. Mal sehen. Am besten vielleicht hier in der Gegend. Da haben wir viel Platz. Warnung. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Gut. Wir haben keinen Außenposten mehr. Scheiße. Schleicht. 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 Was kriegen wir von hier? Hier kriegen wir Titan. Hier kriegen wir gar nichts. Dann werden wir den hier zerstören. Schleicht. Wannig. Ein group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Was ist unser Wann. Wann? Okay. Wann? 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 Leute, jetzt explosieren wir noch nur wenn wir drüber gehen. Es ist schwer zu sehen, in diesem Fog zu sehen. Was ist das? 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 A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Was ist das? We should go there and clear it out. So, we should go to solar. Let's go. We should go there and clear it out. We should go there and clear it out. So, we should go there and clear it out. Okay. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. We should go there and clear it out. Wahnsinn, wie viele, wie oft wir da jetzt da angreifen. Aber egal. We should go there and clear it out. We should go there and clear it out. Oh, geht's. Da geht's. Atele. 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 Und dann mal wieder. Atele. Und jetzt haben wir 6.5 Kupf, dann haben wir einen Fatalic und ein Nürtick. So, Rambia momentan, 6.5 Kupf. I'm seeing very dark and heavy clouds on the horizon acid rain is coming coming from a nearby nest we should go there and clear it out it's raining acid it's going to corrode and damage our buildings yes man wieder nicht bauen so lange das anhält es ist so ätzend a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest the acid rain is over let's get our base back in shape yeah ja 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 komm sei still gasfiltrieanlage das ist da oh ne da was ach so die können wir bauen genau wir brauchen wieder ein hundert setzen wir mal ein paar von denen an warning hostile creatures are coming from a nearby nest we should go there and clear it out warning a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest we submitted best commen we should go there on? we should go there on we should go instead we should go there we should go there too the disappeared wow is a reset it's okay we should go there BE- So, die machen insgesamt 125 und die brauchen 50, das heißt wir können mal in Ruhe drei von denen bauen. Wir können mal die Tanks füllen hier und hier haben wir noch 300 übrig, das was wir dann zu Wasser filtrieren können. So, dann brauchen wir jetzt noch Platz für den ganzen Rest, beziehungsweise wir bauen am besten mal die Basis weiter, bevor er jetzt ist. Das sagt eigentlich die Zeit. Haben wir noch ein bisschen? Ah ja, jetzt werden wir noch mehr nehmen. Warnung! A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. So. Warnung! Хars Desmond Horslage A new group of hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Ja 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 תcumpe Hier gehen wir an. Ah ja ja. Wir sind hier. Und dann machen wir wieder noch den Minus, aber wir haben ja genug gespeichert, genug gepuffert. Diese Rocks können sehr schrecklich machen. Maneuvers evasives, Mr. Riggs. Warnung, ein neues Grupp von Hostiles kommt aus der Nähe des Nests. Das nimmt kein Ende mehr. Ich habe eine große Kölne von Acidic-Yast auf der Planetary-Skanner-Interfass. Warnung, es ist empfehlen, sich zu entwickeln, bevor sie zu diesem Ort befinden. Es wird schwierig zu leben, ohne es zu leben. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Research completed. An air force is very close. Let's go. 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 A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Warning! Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Home and water. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Warning! A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Okay, da hätten wir Wasser. Und zwar brauchen wir noch Platz, um die Produktion hochzuziehen. Das sind nämlich die Zeitmomente. Ah, das ist gleich wieder vorbei. Das ist gut, beeilen wir uns besser. Das ist die Kultivator. Wo war... Warnung! Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. So. Oh, die geben wir auch Rhodonite. Die geben wir Rhodonite und Titan. Dann nehmen wir lieber die hier. Warning! A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. It looks like the weather is calming down. Wind is getting slower. Warning! A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. The wind is very slow today. There is no water more. Ah, now it's fine. Good, good, good. Let's plant here. And... We're going to go to the station. We're going to go to the station. Good, so we're going to have a better Rhodonite production. We're going to start here. We're going to start. We're going to go to the station. Okay, let's keep going. We're going to go to the station. Gut, das passt ja mal, ich bin gleich wieder fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschau!